Hey Leute, der Paxo ist mal wieder her und heute mit einer Messie-Jex-Extra-Packung von der aktuellen Saison. Kann ich jetzt öffnen. Dann habe ich eine Legenden-Card, wie man hier sehen kann. Dann habe ich Pavlovic, neuer Transfer von Bremen. Lars Unterstahl von Schalke. Adam Czolaj von Mainz. Und Kiyotake von Nürnberg. Und die Legenden-Card ist Oliver Kahn. Habe ich noch nicht, nice. Ja, das war es wieder von mir. Und abonnieren und liken nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Paxo. Einfach links oben auf den Button klicken und meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr zu meinem Kanal wollt, einfach in die Mitte klicken. Wenn ihr rechts oben auf den Button klickt, gelangt ihr sofort zu meinem letzten Video. Ich schaue ein bisschen, es war auf den Button klicken. Untertitelung des ZDF, 2020